So, willkommen zurück zu Bioshock. Wir spielen weiter, wo wir das mal aufgeführt haben. Wir sind immer noch in Arcadia. Äh, Moment. Hier komm ich her. Muss mich kurz orientieren, da muss ich hin. Da ist aber noch ein Alternativweg. Die Saturnjünger, heben wir mal auf. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Tja, dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Okay, also Saturnjünger sind quasi bekloppte Einheimische. Oh, was hier denn? Oh, Houdini-Splicer, what the fuck? Hey, wo bist du denn? Hab ich dich noch erwischt? Jupp, der hat ja kaum HP gehabt. Äh, Gummischlauch. Und sehr schön. Ich kann mich aber noch entsinnen, dass da hinten noch ein Medipack war. Hier. Genau. So, jetzt bin ich auch wieder sehr gut ausgestattet. Niedenpistole. Gummischlauch. Sehr cool. Akademie, du, will ich nicht trinken. Die hab ich schon untersucht, oder? Kannst nicht mehr Junischen Schroh tragen? Okay. Den hab ich schon untersucht? Ja, den hab ich schon untersucht. Äh, na, komm rauf da. Dann geht es weiter. Ich werd mal, glaub ich, ein bisschen mit der Pistole... Nee, ich hab nicht viele Kugeln. Da kann die nicht weiter? Nee, aber da scheint irgendwas zu sein, da. Ne Lagerkiste mit ner Patronenhülle. Sonst nix. Doch, da oben ist irgendwas. Ah! Sauerstoffversorgung kritisch. Was? Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Die gesamte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume, oder du bleibst für immer hier unten. Aha. Schön. Ich will aber lieber gesunde Bäume haben. Darum liegt es uns nix. Warte mal. Jetzt hab ich denn auf der Smide. Ich hab... Was hab ich denn hier auf 5? Sonic Boom. Okay. Man hat auch schon wieder nen... Wer ist, mal schreien. Nen Big Daddy. Okay. Oh, steck die Kamera da oben ausgestecken. Ich hack dich mal eben. Wir machen kurz nen Schnitt beim Hacken. So, super. Jetzt haben wir ne gehackte Kamera. Ich leg den hier noch. Bandagen. Pistole. Pistolenkuchen Kaffee brauche ich nicht. Ähm. Dünger. Das sieht wie ein Treibstofffass aus. Noch irgendwas? Ah. Ein Munitionsautomat. Wird auch eben ganz kurz von mir gehackt. Auch den erfolgreich gehackt. So, dann wollen wir mal schauen, was wir haben. Und wir haben einen G-Patron. Oh mein Gott. Endlich. So, dann will ich auch erstmal dick einkaufen. Später Granaten. Napalm. Jungen-Stadtrot. Brauche ich nicht Kontaktminen? Brauche ich mir auf jeden Fall. Ein paar. Und vielleicht nochmal ein paar Pistolenkugeln. Das ist auch ganz gut jetzt. Bin ich wieder gut ausgestattet. Also noch 270 Dollar? Muchas gracias, Senor. Okay. So, sehr schön. Oh, viele Patronen. Viele Pistolenkugeln. Mal schauen, was ich noch... Ne, nicht das. Ich habe sonst noch Kontaktminen. Und wir haben gesuchte Panzergranaten. Sehr schön da. Das ist doch noch gar nicht so übel, was ich da am Moni habe. Können wir jetzt... So fröhlich wieder in Bioshock. Oh, ich rein stützen. Meine Bäume! Das war's doch nicht du, oder? Nein. Ryan! Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, mit erzähle ich das? Könntest du eine rosa Gallica für mich finden? Suche in der Kräute. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Sammler in Rosen, Muster-Exemplar ein. Das war unsere... Sehr schön. Ein paar Fagge-Spleißer. Ein Armut-Typ. Der hat auch noch mal. Aber ich habe es immerhin geschafft, die Leute zu erhöht das Schaden. Ganz ruhig. Du bist da irgendwo links. So, rechts in der Wand. Du bist hin. Da bist du. Au! Naja, die Fagge-Spleißer sind... ...die, glaube ich, mittlerweile die schäbigsten Gegner. Endlich glücklich. Naja. Also, man kann sich aussuchen, ob man das nimmt, was drin ist, oder normal suchen. Ist mir aufgefallen. Ich nehme noch die Bandage mit und das war's. Ich bin wieder voll aufgeladen. Okay, was ist hier denn noch? Schaufel? Ach, der hat mit dem Müller einmal gespielt, der da stand. Äh, nach da oben muss ich wieder. Ach, hier ist was aufgegangen. Ah, da musste ich gar nicht rein, aber hier war ich noch nicht drin. Solchen Gebieten immer schön die MG raus. Kerosin, Kerosin, Batterie. Cool. Ich habe hier jemanden husten gehört. Ach, komm. Scheiß Psychospielchen. Der verbrauche ich ein Foto von dem erstmal. Action-Foto. Yes. So, verrecke. Rodini-Splicer. So, Larikis hatte ich schon. Da ist noch Chlorofol-Lösung. Noch ein Gummischlauch. Hier ist noch ein Kader-Merlo. Akadier-Merlo. Alles, was ich nicht brauche. Hier hinten nix. Nein. Da liegt noch was. Akadier-Merlo. Also, das waren alles Säufer irgendwie. Katzenfutter-Pussycat. Gut. Akadier-Granz. War ich hier schon mal? Ja doch, hier war ich schon mal. Stimmt. Ich muss mal alles fotografieren, was da ist. Das ist schon wieder Fuggish-Splice. So. Einfach mal alles fotografieren, was da ist. So. Einfach nur mal wieder fotografieren. So. Ah, Foto. Sie sind leid, dass sie von ihrem Nachbarn mit installiertem Sportboost immer ausgestochen werden. Dann holen sich jetzt Sportboost 2 und stechen sie ihn aus. Die Bewegung schwingt die Rohrzeuge viel schneller. Brauche ich nicht. Ganz ruhig. Ey, klemm ich die Leiche ein. Das ist nicht cool. Aber da muss ich anscheinend auch lang. Das ist ganz praktisch. Ich mache einfach alles mit, was da drin ist. Kerosin-Dollar ist okay. Alkohol, Naplein, Pistolenkugel. Das ist definitiv okay. Moment, war ich hier nicht schon mal? Hier war ich schon mal. Doch, 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 doch. Hier habe ich doch die... Was ist hier drin denn? Ne, kein Reinkommen. Ja, stimmt. Hier hätte ich die Kamera und die Schütze auf meiner Seite gehackt. Da hinten war nichts drin. Nur eine tote Mieze. Und anscheinend muss ich diese Blume hier pflücken. Ose. Hey, 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 hey. Wow. Was sind das denn für welche? Leethead-Splicer. So. Ich will nochmal fotografieren den anderen Splicer. So. Ach. Forschung ist hier abgeschlossen. Was ist hier denn los? Warum haben wir die Mannigenpistole kaputt gemacht? Aber hier gibt es ja 5G-Patronen drin. Die dreckigen. Stahlschraube-Dollar. Pistole nehme ich mit. Wer stört denn hier? Oh, hier. Ein Houdini-Splicer. Mit Sicherheitslücke. Nuss-Tonicum. Sicherheitslücke. Die Sicherheits-Tonicum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass die Sicherheitskampfschütze verwirrt und die Reaktion entsprechend verzögert. Brauche ich nicht. Okay. Epidermis ist im Übrigen Haut. Habe ich bei Simpsons gelernt. Ich muss eben kurz hier einmal Schicht machen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Also, bis dahin.